Yo, was geht ab, Freunde? Heute wird es Zeit für Folge 5. Diesmal habe ich gegen GDS Ford Gamers gekämpft. Wenn du der Nächste sein willst, mit dem ich ein Video aufnehme, dann lass ein Like da und kommentiere mit deinem Ingame-Namen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Was geht ab, alles klar bei dir? Yo, alles klar, und bei dir? Bei mir ist auch alles gut. Wir haben uns für Paradis Poms entschieden. Wir dürfen Paradis Poms nicht verlassen. Wir haben zwei Minuten Zeit, um zu looten. Sobald die Zeit abgelaufen ist, müssen wir uns dann fighten. Bist du bereit? Dann würde ich mal sagen, 3, 2, 1, let's go. Okay, die Zeit ist abgelaufen. Such dich jetzt, Yannick. Such dich. Das heißt, es sind so viele Leute aus meiner Community einfach Yannick. Ich habe ein Auto gefunden. Wo bist du? Du wirst mich gleich hören, Bro. Du wirst mich gleich hören. Und ich sehe dich! Nein! Schade. Ratatatatatata! Ich muss dir ehrlich gestehen, ich habe gerade eine Waffe liegen gelassen. Die dich glaube ich richtig ärgern wird, wenn ich die gleich hole. Wie bitte? Ich höre dich gerade nicht. RPG, oder? Wirst du gleich sehen. Wirst du gleich sehen, mein Freund. Wirst du gleich sehen. nein alles gut alles gut lass mich in ruhe ich muss hier weg nein sagt das oh mein gott ich wollte zurückfahren und meine rpg holen jetzt habe ich es verraten und er kommt er kommt er kommt ich hole die rpg zack ich baue mich hoch und schieße dich runter bist du noch in der luft weißt du was hinter dir gute nachrichten wo nice try bro nice try bro gute nachrichten ich habe die rpg gedroppt versuch die rpg zu finden und benutzt sie dann wo bist du hin wo bist du hin wiii bist du runtergefallen pass auf ich kann nicht runter schießen ich kann nicht easy da runter schießen bro da musst du aufpassen ich habe es aber nicht gemacht wo 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 ich weiß was du vorhast ich weiß was du vorhast sag nicht du fällst runter du böser schlawiner du ich mach gleich druck 3,2,1 machs gut buddy schade digga gg meine freunde lasst auf jeden fall ein gg für janik da janik hat auch einen youtube kanal checkt auf jeden fall seinen youtube kanal ab der link befindet sich unten in der video beschreibung hast du sonst noch was zu sagen janik hat echt spaß gemacht hat auch spaß gemacht und jo wenn nicht wenn ihr mal vorbeischaut an dieser einen stelle mit dem impulsiv mit der impulsivkanal da dachte ich oh mein gott nein wenn du mich triffst bin ich instant tot aber ja Freunde ihr wisst wie ihr selber mitmachen könnt obwohl warte was du wolltest noch erzählen ich hab auch gedacht die trifft aber schade digga ja mann ihr wisst genau bescheid wie ihr mitmachen könnt einfach ein like da lassen und euren ingame namen in die kommentare reinballern und vielleicht bist du dann der nächste wir sehen uns im nächsten video peace